Bergdoktor aus? ZDF veröffentlicht Statement zu Ronja Feuchers Wechsel zu Die Bergretter. Fotos von Ronja Feucher am Set von Die Bergretter ließen die Gerüchte Küche brodeln. Was bedeutet das für ihre Zukunft beim Bergdoktor? Seit vielen Jahren wünschen sich die Fans der beiden ZDF-Serien Der Bergdoktor und Die Bergretter ein Crossover, doch bisher hat sich in diese Richtung nichts getan. Das einzige Mal, dass vor sich die Wege der Protagonist, innen der Serien kreuzten, ist schon eine ganze Weile her. Vor über zehn Jahren, in Folge 61 vom Bergdoktor trafen Bergdoktor Martin Gruber auf der damalige Bergretter Andreas Martala aufeinander, der Bergdoktor Staronja Feucher. Was steckt hinter dem Besuch am Bergretter-Set? Nun scheint es aber ganz so, als ob die Wünsche der Fans endlich gehört werden, denn kürzlich hat Schauspielerin Ronja Feucher mehrere Fotos geteilt, die sie am Set von Die Bergretter und unter anderem vor der Kamera mit Darsteller Sebastian Ströbel zeigten. Eine Bestätigung, dass die Lilly-Darstellerin wirklich in der kommenden 16. Staffel zu sehen ist, ist das noch nicht. Vieles deutete darauf hin, dass sich die Zuschauer, innen tatsächlich auf das lang ersehnte Crossover freuen dürfen. Unter anderem schrieb die 28-Jährige zu einem Post, noch Top Secret, mehr dazu im Herbst. Und das beliebte TV-Format ist eben traditionell mit neuen Folgen in den Herbstmonaten zurück im TV. ZDF stellt klar, Ronja Feucher hat keine neue Rolle bei den Bergrettern. Einige Fans befürchteten sogar, dass die Schauspielerin womöglich ganz zu den Bergrettern wechseln könnte. Doch nun hat sich das ZDF gegenüber Schlager zu den Gerüchten geäußert und sorgt damit für Enttäuschung wie Erleichterung gleichermaßen. Ronja Feucher hat keine Rolle in der Serie Die Bergretter übernommen, so der Sender. Die Mimmin bleibt also bei der Bergdoktor. Allerdings heißt das auch, dass es keinen Besuch von Lilly Gruber bei Markus & Co. geben wird. Schade. Nun stellt sich aber die Frage, was es mit dem Dreh in Ramsau auf sich hatte. Wie es in dem Statement weiter heißt, werde man in Herbst verraten, was hinter dem Setbesuch von Ronja Feucher wirklich steckt. Derzeit werden neue Folgen von Die Bergretter in den Bergen gedreht, die Arbeiten neigen sich dem Ende zu. Aus produktionstechnischen Gründen wird es in diesem Jahr allerdings nur fünf neue Folgen geben, dafür dürfen sich Fans dann 2025 auf gleich sieben Episoden freuen. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht.